Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute wollen wir mal ein Mappen-Update von den Dragons machen. Und wir wollen mal reinschauen, was ich da schon alles an Karten habe. Wie ihr seht sind es noch nicht sehr viele. Ich hoffe ihr könnt es gut erkennen. Es fehlen also noch jede jede Menge. Also sprich werden auch noch viele Boosteröffnungen folgen. Es sind noch nicht ein Viertel von den Karten, die ich eigentlich haben müsste. Aber zurzeit gehen halt eben die Ü-Eier vor. Und ich werde dann nach und nach ab und zu mal wieder neue Karten kaufen oder neue Booster kaufen. Ihr seht die Mücken sind noch riesig. Da fehlen also noch jede Menge an Karten. Wenn ihr euch die Karten genauer anschauen wollt, haltet da am besten das Bild an. Macht es auf Vollbild. Dann könnt ihr besser schauen. Und das wars mit der Sammlung. Hier hinten habe ich die limitierte Karte. Ich glaube es ist jetzt nur eine limitierte Karte. Die hier bei dem Starterpack mit dabei waren. Hier sehe ich gerade die Mappe hat auch Fehler. Da sind ja was weiß ich. Irgendwelche Mappen-Dinger kaputt. Warum auch immer. Gut, das war aber jetzt dieses kleine Mappen-Update. Ich hoffe es hat euch gefallen. Ich sage Dankeschön fürs Reinschauen. Und tschüss bis zum nächsten Mal.